Hi Dims Einen wunderschönen Hallo meine Eltern von hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tickle Heroes Zusammen mit Dalo Paloui, Juli vs. Krapuzenwurm, Kundran, Maro, Nils Und Paloui hat schon Leben verloren Wer macht denn diesen Karten Chaos? Wer macht denn die Scheiße? Spirit im Hauptraum! Oh mein Gott da ist jemand toll Damit ist der schon mal raus, wobei ist der oben unten? Und den Hauptraum am Spawn Aber ich glaub der Spirit-Vending Gang geiler Ja Ha, 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 ha Ha, 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 ha Du musst dir die vom Namen angucken Assistenten Also dein Jack ist Freund Nein Du hast für zwei die Schaden gemacht, die wir vorbeigelaufen Das ist wie wie so, ein schwarzes Loch Das Feierende Also ich vertaute erschießen, wenn ich hier Die Tatsache der Rede ist Du hast mich angegriffen Hallo Hier wird gleich was passieren Wenn Nils da ist Was ist denn mit dem hier? Nein, das war nicht der Pfering Er ist mit dem hier Oh Ich würde einfach mal sagen, go, oder? Soll ich dir wieder sorgen, dass du fünf Oh Gott, er schießt Entschuldigung Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Ich bin dein Zeitgeist Ich bin dein Zeitgeist Das war welch doof, dass du das verraten hast Wir gehen jetzt alle weg Bautau ist item Boomerang in der Bibliothek Wow, das war knapp Das ist aber kein Maru Könnt ihr bitte die guten Bücher nicht beschädigen Die sind von Anno Tuck Maru Von was? Von Anno Tuck Wo liegt die denn, Nils? Wenn du möchtest, kann ich dir das sorgen, dass du 100 HP hast In dem Geheimen Kämmerchen Die war für sieh nicht gesund aus Nils ist bei mir Ich bin kein D Ich bin kein D Ja, ich bin da Ja, ich bin da Ja, ich hab, geh weg Ich hab Geh weg, Nils Nils Dalu hat auf mich geschossen Ah, hier ist ein Pinn, Leute Der Bumerang ist rausgeflogen übrigens Was mache ich jetzt, wenn Dalu mich geschossen hat? Hinten 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 Maru, wenn du willst, kann ich dir das sorgen, dass du 100 HP hast Dalu rennt hier weg Oh, der Bumerang Oh Gott, der Bumerang Der lag Gott sei... Der lag da in dem Flur beim Wegrennen Alter Der fliegt immer noch Hinten Beigegeben mit dem Bumerang Wie er lacht Hat er uns aufstehen lassen? Nein, nein, nein Aufstehen lassen Okay, hier Da sind Berge ran Alter Da drehen die da Blauli, wehe, du konfirmst das Ding Quatsch, da drehen die da noch Jetzt Endlich Ich habe ihn auseinandergenommen. Woher weißt du, dass du nicht der Böse bist? Ich bin Detektiv, du Affenkopf. Warte mal, hast du gerade eine Kapuze erschossen, nachdem er das gesagt hat? Ich sollte dafür, dass er mich beleidigt hat. Äh, du erziehst dir aber kein Dätebord. Kommt ihr auf mit! Ey, nice, es ist das beste Item im Spiel. Wenn ich sterbe, kann ich wen übernehmen und ich habe zweimal mit dir auf Baloui geschossen. Was passiert jetzt? Was ist das? Demonic Procession heißt das, genau. Wie kannst du das übernehmen? Wenn du tot bist, kannst du bei einem Spieler R drücken. Das steht aber auch dick im Bild, also du kannst es nicht versauen. Und dann hast du so eine Energieleiste. Du kannst entweder WSAD drücken oder... Ich habe mir das gekauft, aber es ist nichts passiert. Ja, aber an was ist denn Items explodiert? Ich habe es mir auch geklärt. An einem Märtyrer, ja. Ach, an dem Bug. Der Bug. Ich habe mich erschossen, weil du mich eingetreten hast. Ah, okay. Ja, aber es war Dalu halt. Nee, nee. Kann ja jeder sagen. Vor allem hast du dazu halt noch so geredet, als wärst du ein Trader. Ja, richtig. Ohne Grund. Also für den Moment war das ja klar. Das ist so ein geiles Item, ey. Also Kapuza hat mitgeholfen. Vielleicht habe ich es ein bisschen provoziert, Katze. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Ganz. Ich dachte mir gerade... Pain hat gerade übrigens getroll... äh, gesoffen. Troll? Troll. Aber ich weiß nicht was. Weil ich irgendwie stört euch schon. Oh, nee. Ich bin in den Fernfalle. Aha. In den Fernfalle? Haha. Was? Was passiert hier, Leute? Ich hab kein... Ich hab nicht gesehen, wie sie platziert hast. Ich hoffe, dass du das warst. Wenn nicht, war das random, aber... Oh, shit. Ich hab gesehen, wie sie platziert haben. Und du hast mein Kristall kaputt gemacht. Ich weiß nicht, woher kommt. Ich weiß nicht, woher kommt. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich will jetzt den letzten Traitor machen. Entweder mit dir oder dich. Entweder mit mir oder mich. Dann machst du nicht den letzten Traitor, wenn du mich machst. Ist da noch was drin? Da ist nix mehr drin. Das ist sehr traurig. Ich befürchte, dass Julie gar nicht so unschuldig ist. Warum? Warum ist Julie jemand so unschuldig? Legen Sie bitte Ihre Argumente vor. Ist so Intuition. Das ist die daluische Intuition, nennt man das. Oder deine weibliche Intuition. Nein, die daluische. Okay. Oh, aui. Ich krieg's nicht auf. Nein. Ich hab nur noch weiter, dass du verprügelt, ne? Dann komm ich da hoch. Dann komm ich wieder hin. Ja. Ja, jetzt hast du's. Habt ihr ein Radio gekriegt? Was macht ein Radio? Lala. Dass wir hier nebeneinander stehen als Tete. Doch. Komm, ich hör mal. 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 Ja, ich hör mal. Ja, ich hör mal. Hallo. Hey, Tautau. Danke, dass du mich nicht getötet hast. Ich bin ja auch ein Bruder, Alter. Was macht man eigentlich nicht? Wollen wir eigentlich nicht? Nehmen wir mal dagegen Tautau. Alter, bist du das Böse? Der oder das? Einherst du die Bombe? Oder die? Da liegt noch eine zweite Leiche. Wo sind eigentlich die ganzen Leichen? Hier liegt noch eine. Oh nein. Nicht. Oh, Tautau war Sidekick. Was kann Radio? Ich bin so... Ich hab so viele Fragen. Äh! Radio kannst du glaube ich einstellen, dass du eine Bombenzahn oder sowas machen kannst. Wenn ich mach das... Damit die Dame, wenn die Dame, wenn die Dame, das nützlich, weil der hört die ja immer durch alle Wände. Wir fahren durch den Sommerregen. Der Sonne entliegen. Hier ist jemand nicht konfirmt, dass traurige Geschichte ist. Und ran. Wer lebt denn jetzt? Haha, ha 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 ha. Der Bus hat später gehen, ne? Da kann ich nicht sein. Ja, wieso kann das nicht sein? Nein, du kannst mich nicht böse. Was du das sagst? Sei es Ma... Ich wusste es, es ist Markus. Sehr gut, Maru. Ruh! Anders hast du mich verarscht. Sag mir bitte, dass du einfach aus der Bärenfalle entkommen bist. Nein, ich hab dich verarscht. Hätt ich den adoptiert. Ich hab gesehen, wie du sie gelegt hast. Ich hab gesehen, du hast meinen Kristall zerstört. Ich wusste, wo der war. Das war's dann mit der Monika gemacht, ja. Hätt ich nicht bezogen. Hätt ich nicht bezogen. Das ist das erste Mal. Hättest du in einem Jahr noch versprochen. Ja, hättest du meinen Mann noch versprochen. Oh je, Alten. Ich hab die Leiche nicht gefunden. Es war schön, mit dir auch so aufgenommen zu haben, Alten. Items hatte leider einen Unfall, Leute. Ja, ja. Deswegen kommt er die nächsten Wochen nicht mehr mit. Dann nimmt er Auszeit. Dann nimmt er auszeit. Ups! Nee, schau, ich hab nix. Ich bin... Die eigentliche ist was... Wenn du ist T, dann hau ab. Nee, bin ich... Wenn du ist T, dann hau ab. Dann hau ich eben nicht ab, dann hau ich eben nicht ab, weil ich nicht T bin. Was war da unten geschossen? Ich will nicht in dem Rang, ey, da. Pain will wieder provokieren. Also, schau ab, wenn du T. Also, ich hab da unten eigentlich nur... Sie fragen, welchen? Das ist... Pain ist jetzt mal inno, weil sonst schwöre sind. Das ging runter. Hi! Die Butter? Lecker Butter! Es ist nicht immer so ein Blatt. Lecker Butter mit Mayonnaise. Das kann kein Torseln. Butter mit Mayonnaise? Lecker Butter! 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 Häng hier! Kapp mal! Das war eine Schottengarde! Hau ab! Pain? Ähm, Kapuze, Kapuze, Kapuze! Das darf man nicht mehr auf Gläser schießen. Du guckst mich so an! Ich hatte da, wenn du schießt einfach so von Termin nimmst. Ja! Bisschen neues Amerika, ne? Kapuze, nicht vorher die ganze Zeit. Das ist ein Riemen, geht weg, wenn du Trader fisst. Ist das Amerika? Ja! Wollte der die Beute allein, oder? Ich bin immer die Polizei. Wir sind im Resident Evil 2, wenn du das in Amerika spielt. Und hier liegen überall Waffen rum, ja? Ja, ich kann Kapuze einfärfen. Wo die Kapuze? Ich kann Kapuze entfernen. Nils ist safe, Inno. Wie kannst du denn Kapuze entfernen, TauTau? Einferben! Ich hab, er ist Pirate. Okay. Ah, sorry. Guck mal. Kannst du ihn mit anlaufen? Ne, leider nicht. Was mit an? TauTau ist grad im Shopmenü, Lull. Ne, ja, nicht gedacht. Einfach vor meinen Augen. Ist frech. Ey! Komm, verpasst du immer nen Headshot. Au! Was war das hier? Warum hat das geleckt? Was war das? Es war die Explosion, oder? War aber als ob du nicht weißt, was das war, wenn du vorher die Bombe angewandt hast, an der rausgucken. Ja, nein, ich meine ja, was war das? Also ob ich inzwischen gelernt habe, dass das ist. Ja, es war trotzdem eine Explosion, die ich erstmal... Hätte ja auch irgendwas anderes explodiert sein können. So, wer hat's ja geheimgeregt. Ja, aufgehangen. Pain müsste das gewesen sein. Pain, was hast du? Wie... Hallo Kun? Hallo. Oh, ich hab nichts damit zu tun, die Pain. Pain! Au! Fucken! Meine Lemonade. Ich hab's grade in den Detail erschossen und nichts im Kopf hören. Maru! Nein! Wo ist die Flare? Warum? Wer? Mach das jetzt an. Komm. Maru war's auf jeden Fall. Warum? Er hat einen DT gekillt und hat einen nicht confirmed. Kann ich davon ausgehen, dass nur noch Tees leben? Nein. Ja. Hm. Also Maru ist auf jeden Fall. So, Items... Weiß ich noch nicht. Maru ist auf jeden Fall oben in dem... Geheimbüro, wenn man's so nennen will. Gehlt Nils als... Nee, tut er nicht. Aber was meinst du mit Geheimbüro? Wo du aufspringen musst? Da war er gerade noch unterwegs. Aber der wird ja nicht bleiben. Und im Büro. Ich glaub der ist danach gedroppt mit nem PhD. nomi oder moins людей... Ich habe mal gesehen, wie Payne das Baby geschossen hat. Aber der hat nicht... Tau Tau, du hast es selber nach Anfang der Runde gesagt, dass ich nur produziere und verruzieren komme ich. Ja, ja, schon, aber weißt du, es hätte ja auch mal sein können, dass du versuchst, das Smart zu machen. Und das wirklich mal funktioniert. Ich und Smart? Das geht nicht. Wie viele habe ich eigentlich mit der Heiligen erwischt? Boah, das war ein guter Witsch. Wollt schon schießen, ne? Warum, Juli? Ja, ich bin der Gute. Muss ich jetzt shoppen. Nils nicht shoppen dahinter, keine Queen. Au. Ich habe letztens noch über das Wort nachgedacht, was Nils nie sagen kann. Das ist doch ein neues Format, ne? TNT Shopping Queen, oder? Ne, Chopping Queen. War das ein neues? Chopping? Chopping, ja. Chopping, okay. Na, was trinket er hervor, Maru? Ist ein Detektives noch im Hauptraum? Ja, beide. Okay, dann bitte versuch, dass ich hier überlebe, ich baue was. Wer hat das? Nein, nein, eine Idee. Ja, mach' mal. Wenn ich sterbe, war die Nils und Kapuze. Oh! Knall ab, komm! Okay. Äh, der war unten im Keller. Okay, rund im Keller. Wo lange jetzt? Genau, aber wenn. Das war sehr wahrscheinlich nicht Kunde rein. Und nicht Schupe. Und nicht Schupe. Oh, die Drops, die Witz werden immer gedroppt. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einzelalter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einzelalter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da oben. Ich weiß nicht, was unten geht. Oh nein! Runterkommen, Julie. Nein, nein. Also du... Das ist kein Trick. Und zwar, Julie einmal hin. Nils, jetzt guck mal zu. So kriegst du die Fässer. Julia einmal beugen. Danke, dass du mich Fass nennst, ey. Und jetzt, fertig, da bitte schön. Okay, warte. Ich krieg das ab. Und dann guck einfach, was unten steht. Lies einen. Hier wurde eine Bombe angebracht. Ach so, da unten. Ithems. Baru müsste das sein. Das ist jetzt explizit. Nein, die ist doch wieder mit Promptü. Das ist die Ding wieder vorne. Ach ja, ja. Deswegen hat er jetzt eine Munitionsanzeige. Das ist ja geil. Und deswegen kannst du jetzt auch ins Air drücken und so. Dann kannst du Farbe ändern, das Alli-One-Sticken und alles. Ist schon ziemlich nice gemacht. Ist schon ein nice Feature. Was machen die unten gleich, während hier Massaker ist? Julie, falls du stehst auf... Oh fuck. Ich kann die Tür zulassen. Ich lebe noch. Wer ist das jetzt eigentlich? Das muss Items oder Maru sein. Okay. Bin's nicht. Uh. Lol. Hast du das gesehen? Ich bin auf das Farce. Ja, bin auf da. Und dann... Es ist dunkel. Ja, ich war mir nicht sicher, ob Items sich erschossen hat. Hier ist übrigens Items. Ich kann übrigens nicht sagen, dass Herr Kriss Herr wurde zerstört. Kann eben auch der Sidekick gewesen sein. Ja, Items schießt. Er hat angefangen auf mich zu schieben. Ja, dann verprügel ich dich jetzt. Wo willst du zeigen? Ja, ich sehe ihn nicht, Leute. Ja, ich kann ihn nicht sehen. Jetzt schieß ihn doch rauf. Ja, er ist böse. Weil Nils die Credits genommen hat, deswegen habe ich aufgehört zu reden. Ja, sorry, kann einer Maru wieder beleben. Wieso hast du das gesehen? Weil ich Dete bin. Sorry, ey. Ich kann ihn nicht retten. Wenn du mir das eh erklären soll, dann hätte ich Maru nicht erschossen. Dann tut's mir leid. Ich hab Maru gekillt. Ja, weil der geschossen. Ihr habt alle hier runtergeschossen. Achso, okay. Welcher ist Maru? Welcher ist Maru? Wer ist Maru? Er hat doch gesehen, dass Nils die Credits geklaut hat. Ja, also Nils ist tatsächlich... Ich meine, wir können doch irgendeinen weiteren Toten... Ja, ja. Können wir Maru wieder beleben? Ich hab nix. Du, Kundran? Ja... Hast du ihm einen Headshot gegeben? Ja, kannst du einen Defi geben? Ne, einen Defi hab ich nicht. Da! Die Moneygun kommt unten hervor. Da hat der Student aber ein bisschen was zu... Hä? Hab ich mehr viel Leben. Hm? Hab viel zu viel Leben. Achso. Das war zum Glück kein Headshot. Sag mir, wo er ist, wenn du ihn siehst. Ähm, er war... Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab's gerade... Oh! Oh, danke! Das war ein schöner Tanz um eure Schütze. Ich wollte mir gerade mal loslegen. Ich hab die ganze Zeit absichtlich an dir vorbeigeschossen. Vielleicht solltest du ein Balletttänzer werden. Einmal ein Schild. Dafür warst du aber trotzdem derjenige, der mich gekillt hat. Ey, ihr habt ganz gut gemacht. Alles gut? Alles gut? Aber nicht nur alleine auf mich geschossen? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ich dachte eigentlich, ich bin jetzt so nah an jemand anders dran, dass immer noch mich geschürt. Es trefft immer die Unscheuligen. Aber... Leider... Ja, ich hör dich ganz aus. Ich komm an den Tisch bei euch. Pain. Ja. Ich bin frei. Pain in die Hände. Oh, oh, jetzt geht das los. Und dann auch noch Chaos, Ernst. Und dann auch noch, ob ihr die mal beide nehmt. Oh! Die schrechen sich ab. Also irgendwer muss da ja ganz gewaltig nerven. Au! Ich kann das auch. Hab ich dich damit getroffen? Aua! Grafikfehler. Hört nicht weh. Hat irgendwas gepiepselt. Wer säuft? Ich hab gesöffelt oben. Ja, was? Du hast mir auch gegönnt. Ey! Er ist nach 16 Uhr aus. Ich hab nur so ne Dote gesöffelt. Sag mal, Pain. Was hast du? Ja, da komm mal. Hm? Sag mal, sag mal. Was? Moment, wo war? Ach, da hinten. Nee, ich... das nicht. Nee, tut mir leid. Was? Wie? Oh, da ist ein Spirit! Oh, das ist auch Pain! Taudau, was machst du denn gerade? Iba, kannst du die Tür zumachen. Hey, ich... Warum höre ich die Tochter jetzt schon weh? Oh, ist der Mötet? Und Taudau, was hast du sonst noch so gemacht? Na, Taudi beim reingehen. Warum? Was sind so Gründe, warum er... Der Spirit war in dem Boden, die Wacht läuft. Was? Noch mal bitte was? Und was sind so Gründe, um gegen die Wand zu laufen? Indie, gegen die Wand gelaufen. Äh, Vorsicht, Taudau, unter den Spirit wird ja. Ja, verwechselst du mir jetzt mal Heu... Wo ist der Spirit, Maru? Wo? Ah, was ist der Spirit? War's hinter der Bidioterapeut? Er macht ihr einen Spirit? Und wenn du nah genug an den Spirit rangeht, dann heilt er dich. Der heilt dich nur, wenn du Inno bist. Der killt dich, wenn du Trader bist. Das ist vom D-Tipp. Achso, weg! Weg! Ja, dann bist du T. Wenn er dich angreift, bist du T. Wenn du Inno bist, kannst du ran. Was ist denn jetzt passiert? Kakaim, warum jemand explodiert unten in der Halle? Nils. Ey, wer schießt denn da aufeinander? Aua! Gut angeschossen! Der Kurs hat mich angerufen, ich weiß nicht warum. Ey! Lassen Sie mich in Ruhe! Die ballern da oben rum und ich habe keine Ahnung wer was tut. Ich muss gucken wo die... Oh, what? Warte, ich confirm. Da lag... Ah, okay, Baloui hat... Ja, den Seitkickschuss auf Klauzi verkauft. Baloui, du hast ein paar T-Waffen. Er hat mich halt angeballert. Baloui, was hast du im Inventar alles? Ich habe im Inventar eine SG552, eine Stola, eine Crowbar... Einen Metal Launch habe ich gekriegt. Oh! Kauter hat es nie überlebt. Oh, er war der Jekyll, er hat gar nicht... Hä, warum hat Kapuzi ihn dann gejagt? What? Du, lieber Traitor. Äh, die ist gerade Dete vorbeigelaufen, oder? Herr Dete? Die sind gerade an der... Die sind zwei Leiche, die sie interessieren könnten vielleicht. Jetzt verstehe ich das, sie muss das Feature ausmachen. Oh, was ist das hier? Zeit ist Crossbowars leer. Der leer? Kunran ist Heikin? Nein! Du bist böse! Oh! Warte, was ist da alles böse? Nein, bin ich nicht! Verdammt, ich weiß nicht wer böse ist. Ich hatte... Ich habe mich mit Origin weggeportet. Ich war gerade im Hauptraum, ich habe 600 HP. Kuran! Ich habe sowohl Juli als auch Baloui gekillt. Ja, Baloui hat einen Mellon-Launcher rausgeholt vor dir. Ja, und Juli war 10. Ich könnte ja auch ein Kollateralschaden sein, ne? Ich habe mich die ganze Runde nicht wegbewegt, ne? Ich bin immer noch... Sehen wir uns im großen Raum, ne? Es leben doch hier drei. Ja, dann ist es Dalou wohl logischerweise, wenn er gerade den Dete gekillt hat. Oder du warst es gerade... Ich habe den Dete nicht gekillt, er hat überlegt... Dann musst du Maru töten, weil er ist gerade eben mit einem confirmten Dete durch die Gegend gelaufen. Ach, wo bist du? Ich wollte mich gerade porten. Wenn ich nicht in der Luft gewesen wäre, hättest du Items gekillt. Das war richtig knapp, wenn ich nicht gesprungen wäre. Ich hatte die ganze Zeit den SATM in der Hand. Ach, Leute, wir haben euch die Runde gefangen. Dann war Pirat! Schaut mal vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao! Ciao!